Hi und willkommen zurück zu Final Fantasy 9 HD. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, als ein unbekannter die Szenerie betrifft. Ja, und mal gucken, wer sich dahinter verbirgt. Da wird auf jeden Fall mit keinem Namen angeteast. Verherrlicher und köstlicher Regen. Fast so, ja fast so, als wolle der Himmel unseren Sieg segnen. Okuja, dank der von dir gelieferten Schwarzmagier ist Bumesia schon so gut wie erobert. Aber ausrechnet den König habe ich noch nirgends ausspüren können. Wenn wir uns nicht des Königs entledigen, dann werden diese widerlichen Ratten in ihren Löchern wieder zu Kräften kommen. Und wer weiß, auf was für törichte Ideen sie dann vielleicht noch kommen. Also, Generälin Beatrix, ich beauftrage umgehend Sohn und Sohn mit einer Durchsuchung der ganzen Stadt. Auch ich werde an dieser Suchaktion teilnehmen. Wenn das mal keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr das denn nicht? Ratten kommen aus ihren Löchern gekochen, wenn eines ein Erdbegen gibt und fliehen. Dieses Mal haben sie sich in den schützenden Sand verkrochen. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und sind abgehauen. Ach ja, Herr König übrigens allen voran. Sand? Nicht doch, du meinst doch nicht etwa Clara. Wenn sie wirklich nach Clara sind, dann macht das die Sache aber unangenehm kompliziert. Clara. Könnten wir den Samtwügelstuhl durchdringen, wäre ein Angriff mit meiner Einheit ein leichtes, aber... Sind sie tatsächlich entquäer, dann war es das für uns. Kuja, kannst du denn nicht wieder etwas mit deinen Kräften bewirken? Okay, der mysteriöse Mann heißt Kuja. Bitte setzt euer Vertrauen in mich. Es soll mir zu höchsten Freuden gereicht, euer Hohle ein Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellend in der Lage sein wird. Ich hätte da eine kleine Bitte an euch, Generälen. Könnt ihr vielleicht alle eure Truppen vor Clara zusammenziehen und in Position bringen? Diese Ratten werden sicher bis auf das letzte Widerstand leisten. Vielleicht reichen meine Schwarzmagier alleine nicht aus, um sie auszurotten. Ach, er steckt hinter den Schwarzmagiern. Hast du das gerade gehört? Ja, aber wer ist eigentlich dieser unheimliche Kerl? Tja, da bin ich überfragt. Clara, meinen Sie wirklich die leerenäre Stadt Clara? So ist es. Seit Sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen haben, sind wohl bald 100 Jahre vergangen. Sie haben es also bis nach Clara geschafft. Dann werden Sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist Clara überhaupt für eine Stadt? In Clara wurde ein Volk, in dessen Adeln dasselbe Blut, wie in denen das bemäßigste Volk ist, fließt. Doch eine kleine Streitigkeit vor langer Zeit hat ein Kerl zwischen unser Volk getrieben. Nun leben sie zurückgezogen und friedlich in ihren durch einen Sandwirbelsturm geschützten Stadt, sagt man. Hey Freier, da kommt schon wieder wer! Ach du meine Güte! Ihr, eine weitere Schändung unseres geliebten Landes lassen wir nicht zu. Ha, ihr wollt euch tatsächlich mir Beatrix zum Kampf stellen? Beatrix? Euer Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung, aber glaubt ja nicht, ich werde Gnade zeigen. Warte Beatrix! Wenn sich dir jemand zum Kampf stellt, so sind das wir. Überlass uns das Feld hier, kümmere dich um den König, mein Bester. Vergebt uns Freier, wir vertrauen auf euch. Haha, ich glaube dieses Mäusern unterschätzen mich etwas. Für mich, die auch unter den geflügelten Namen, 1000 Trolle mit einem Streich bekannt ist, ist allein die Vorstellung, für euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Okay, Endbosskampf. Mal gucken, was Beatrix drauf hat. Ich meine mich zu erinnern, dass sie ziemlich krass war. Ja. Wir klauen mal Plattenpflanzer. Das hört sich gut an. Vivi, hau mal Eis drauf. Du reißt an. Und du kannst Regena auf alle zaubern. Den hab ich, glaub ich, nötig diesmal. 600, nice. Vivi, du hast es voll drauf. Sehr gut, Freier. Schön gedodged. Alter, China! Die neue Waffe macht dich ja brauchbar. So. Phönixfeder. Oh, wir klauen auf alle Hebatems. Eins hat sie noch. Wenn ich das auch auf alle Hebatem kriege, wäre das sehr geil. Donnerklinge. Ich regere gar nicht mal so viel. Ich hab hier grad nur 18 bekommen. Glaubst du nochmal? Aber bis sie wieder angreifert, streicht, glaub ich, ein bisschen Zeit. Ich glaube, die hat irgendwelche OP-Angriffe auch. Ja, 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 der Damage auch gefällt mir. Diebstahl fehlgeschlagen, nicht so schön, aber egal. Donnerklinge, okay. Yes, Freier hat Trance. Du, haltest mal Vivi mit ner Potion. Ich hab ein bisschen Angst. So, die Besonderheit bei Freier in Trance ist, wenn sie Sprung macht, bleibt sie die ganze Zeit in Himmel und solange sie in Trance ist, tut sie jede Runde in der Attacke von Himmel herablassen. Und solange sie in den Himmel ist, kann sie selber nicht getroffen werden. Das ist ziemlich nice. Schocker. Okay. Instant dead. Ah, Diebstahl wieder fehlgeschlagen. Jetzt hoffe ich mal, dass Beatrix Kina nicht angreift. Ja, sie dann ist in Ordnung. Hier, da greift Freier jetzt an und sie bleibt im Himmel, wie man sieht. Ach, Fick dich doch, Beatrix. Was soll der Scheiß? Nein! Oh, oh. Ich hab ein Problem gleich. Hör auf, Schocker zu machen. Und das Regener ist auch weg, ne? Fuck, 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 fuck. Oh Mann, ey, was soll ich denn machen? So, jetzt kommt Freier runter, das habe ich auch bitter nötig. So, bitte nicht Vivi angreifen. Vivi, heil dich bitte, bevor du angegriffen wirst. Oh Gott sei Dank. So, dann Phönix-Feder aus Zidane. Was jetzt? In 100 Jahren wärt ihr meiner nicht ebenbütig. What? What the fuck? Seht nur, wie schwach ihr seid. Lol? Ist klar. Okay, dann macht das nichts, dass ich miteinander gestorben bin. Haha, ihr naiven Einfallspinsel. Jemanden, den es mit mir aufnehmen könnte, gibt es wohl auch in diesem Land nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginn wir sofort mit der Vorbereitung für unsere Invasion in Clara. Ja, meine Königin. Wie dumm ihr seid. Anstelle sie zu finishen, ne? Nun, diese widerlichen Ratten sind kein Problem mehr. Dieser kleine Junge hier schon eher. Ja, und wieso erledigst du ihn nicht, wenn er ein Problem darstellt? Kleiner Logikfehler, würde ich sagen. Oh, wie, wie ist K.O. Ja, sieht an. Und Freier. Okay, Freier sieht auch nicht wirklich gut aus. Man merkt hier schon an einer Cutscene, man muss Kina nicht mitnehmen. Ja, Cutscene ist nämlich Kina nicht vorhanden. Ach, ich stelle mir vor, ich wäre zu dritt gewesen, ne? Ja, die Beatrix muss, glaube ich, nur ein bisschen Zeit ins Land geben, bis sie einfinished. An dieser mysteriöse Mann wird in späteren Verlauf des Spiels noch eine größere Rolle spielen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber es ist eine unruhige Zeit geworden. Was ist nun mit dieser Welt passiert? Du redest von Bumesia, oder? Sie wurden ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfelmützen überrannt. Und was mache ich, wo ich doch in Zeiten, wie diesen endlich meinen Mut beweisen könnte? Ich schiebe an diesen einsamen Ort Wache. Sei doch froh, ich persönlich mag hier eigentlich keine Kriege und möchte deswegen auch nicht in einen verwickelt werden. Aber sag mal, war dieser Alte mit dem Gesicht in Breitformat und dem Sack voller Schweißgutten dich doch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Hä? Ich dachte, du hättest ihn am meisten verdächtig. Mein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das weißt du doch. Ich sag's dir nur einmal, also schreib's dir hinter den Löffel. Unter Gurkenliebhabern gibt es keine bösen Menschen. Die einzige Sorte von Gurken, die ich nicht essen kann, sind nun mal diese ekelerregenden Schweißgutten, aber irgendwie beneide ich doch den alten. Kann es sein, dass dich die meisten Leute falsch verstehen? Gut möglich, sonst wäre ich jetzt wohl nicht hier und würde eine ruhige Kugel schieben. Okay. Die Katze ihm mal völlig fehl am Platz. Oder hat überhaupt keine Bedeutung. Aber egal. Den Schaffern zufolge werden wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin. Die schläft, siehst du das nicht? Äh, Fräulein Lilly? Sie ist wohl eingeschlafen. Die Prinzessin scheint diesen Gerüchten über Königin Brain tatsächlich Glauben zu schenken. Aber es ist völlig absurd, dass Königin Brain einen Krieg anfangen will. Zurück ins Schloss werden wir dieser Missverständnis in Sicherheit aufreden. Oh, oh, Steiner. Wir wissen schon mehr als du. Das wird eine herbe Narbe in deinem Herzen hinterlassen, würde ich sagen. Aber was rede ich? Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Nächster Halbbergipfel. Bitte alles aussteigen. Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Allerdings dauert es noch ein Weichen, bis die Gondelbahn Richtung Alexandria hier eintrifft. Wann wird sie denn ankommen? Sie wird zeitgleich mit unserer Ankunft in Boden hier eintreffen. Mit anderen Worten, es dauert etwa genauso lange wie die Fahrt nach oben. Dort drüben in der Wartehalle könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Dankeschön. Was ist los, Steiner? Prinzessin. Wie oft muss ich euch doch noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf dem alexandrischen Boden. Wir sind endlich zu Hause. Aber das Schloss scheint noch nicht in Sicht zu sein. Vorher mag das Schloss gleich bedeuten mit ganz Alexandria sein, aber... Wir halten mich doch nicht für ein unwissendes kleines Mädchen, oder? Aber eure Residenz könnte ich. Nun gut, dann lasst uns gehen. Alles klar. Warten wir halt, bis die Bahn kommt. Das ist also die Wartehalle. Wir sollten hier Erkundung einhören, bevor die Gondobahn Richtung Alexandria eintrifft, Prinzessin. Okay. Reisen nach Alexandria haben noch eine Weile Aufenthalt. Ja, das habe ich schon gehört. Was ist das für ein Geräusch? Was war das? Die Gondobahn Richtung Limbould ist gerade losgefahren. Oh, verpasst sie, Fix! Hm, die Stämme kommen mir doch bekannt vor. Ja, mir auch. Aber da ist eine Kiste. Alles klar. Ich meine mich zu erinnern, dass... Genau, da Mogi ist. Na, so noch. Für den haben wir sogar einen Brief. Daran kann ich mich erinnern. Wenn ich das Unglück von Mary so sehe, deren Liebe nicht erwidert wird, dann wird mir ganz traurig zumute. Hast du schon mal geliebt? Ich war noch nie verliebt. Aber wenn ich Marys Leid so sehe, dann führe ich mich ehrlich gesagt etwas auf. Ich habe Angst vor der Enttäuschung. Ich verliebe mich grundsätzlich nicht. Das bringt nur Kummer. Nur Kummer. Nimm das so ein Dank. Na, Kuponus. Ach, man kriegt... Man kriegt Items, wenn man... Äh, Dings. Man kriegt Items, wenn man die Briefe zustellt. Okay. Kuponus ist jetzt hier so nicht das Netzlichste, aber... Vielleicht wird das noch besser. Wow. Wenn ich das mit die Dingsgruppe vergleiche, wir sind hier erst auf Level 5. Man merkt, dass wir eine Weile die beiden nicht mehr gesteuert haben. Beziehungsweise keine Kämpfe mit denen hatten. Nach der Grenze öffert ihr euch eine neue Weile? Seid ihr dafür auch gerüstet? Ich glaube nicht. Ja, neue Waffe für Lilly. Sogar zwei Waffen. Kaufen wir mal beide. Je nachdem, was für Abilities. Die Kristallnereif habe ich. Den habe ich. Den habe ich allerdings nicht. Zutus-Hut habe ich. Zutus-Hut habe ich nicht. Der ist in der Zidans-Gruppe ausgerüstet, deswegen einen nachkaufen. Filz-Hut habe ich. Lattex-Hut habe ich. Eisen-Hut habe ich. Barbuda habe ich nicht. Bronze-Hut habe ich. Okay. Ich kann immer noch keine High-Pause-Rutsch kaufen. Wie ist das eigentlich mit eurer Ausrüstung? Rute. Lernt Prost. Das lernt keiner von den beiden. Das heißt, wir lassen den erstmal noch. Zipfermüsse. Moment. Die Zipfermüsse lernt auch Prost. Das heißt, wir können einen der beiden ausrüsten. Der Therunstab ist der schlechtere. Nehmen wir den mal zuerst. Kristall-Einreif. Die anderen habe ich schon. Seitenhemd. Ah, ich könnte... So. Wie sieht das bei dir aus, Steiner? Ah, okay. Können wir gleich mal auf die Abilities schauen. Nicht so besser, aber er muss ja erstmal noch ein paar AP da sammeln. Hier genauso. Und dann kann er endlich den Eisnerin bekommen, der ihn Level abgibt. Das ist für Steiner's Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Löffel 5 ist nicht viel. Und da haben wir auch noch ein besseres. Ja, ja, er braucht ein bisschen AP. Aber erstmal gehen wir jetzt nach draußen. Wir haben ja eben so ein Geräusch gehört. Ja, gute Sinner. Das hat man, glaube ich, von Freighton schon gehört. Sind das nicht. Jetzt haben wir doch glatt die Bahn verpasst. Und was machen wir jetzt? Soll das etwa meine Schuld sein und so? Das kommt davon, weil du ja unbedingt bei der schönen Aussicht deinen Baumkuchen genießen wolltest. Das können wir nicht mehr rechtzeitig in den Limpbulm. Schon gut. Ich werde es auch nicht den Chef erzählen. Sehfix, danke. Alter. Jetzt wollen wir das geklärt haben. Sollen wir jetzt einen Baumkuchen. Na toll. Elendes Räuberpark. Ihr habt wohl nicht genug und wollt die Prinzessin nochmal einführen. Wer ist das? Kennen wir die Klappe an der Blechbüchse vielleicht? Kerl, erzähle mir nicht, du hättest mich vergessen. Der Hauptmann dieser Plutel-Truppe, der ständig am Brünen ist und so. Ah, jetzt fällt mir ein, der Ritter, der nicht schauspielen kann und stommelt. Als wäre sein Gebiss eingerostet. Tja, das ist ja wohl die Höhe. Lilly. Sorgt mal dafür, dass die Situation hier nicht eskaliert. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchen Diebesgesinne sprechen. Okay. Ihr seid doch Markus, nicht wahr? Was macht ihr denn an diesem Ort? Prinzessin, dasselbe könnte ich dich fragen und so. Ja, du legst ihn nieder. War es ein Zufall, die Prinzessin dort zu treffen. Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir den verwunscht im Wald verlassen haben. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchen Diebesgesinne sprechen. Prinzessin, ihr dürft nicht. Steiner, es ist genug. Aber. Darf ich nicht mal mit Bekannten sprechen, die ich nach langer Zeit wieder treffe? Mit Verlaub. Aber das sind keine Bekannten, sondern... Alderbert Steiner. Jawohl. Schau nur, wie ihr ausgeschimpft wird. Und das will ein Ritter sein. Die Bahn nach Alexandria ist soeben eingefahren. Endlich. Du fährst nach Limpo in Sina, nicht vergessen. Bin vielleicht so blöd, wie ich ausschaut? Vergiss du mal nicht, dass du nach Alexandria musst. Genau. Weil ich nämlich nach Treno muss. Ich bring die noch zur Bahn. Markus geht also auch nach Treno. Steiner, lass uns auch gehen. Steiner, nehmt ihr es mir etwa übel, dass ich vorhin etwas laut geworden bin? Mit nichts. Selbstverständlich wird es mir eine Ehre sein, euch zu begleiten. Okay. Wo ist denn die Bahn? Markus ist auf jeden Fall da. Ach, das steht so. Also, sei ja vor sie und noch mal auf Kölnstmann. Keine Sorge, wir werden uns ein Kumpel schon wieder dort rausholen. Kumpel? Bahn fährt ab. Sagt Markus, was führt euch nach Treno? Wir wollen Blank retten. Blank? Ja, wir müssen uns ein Kumpel Blank helfen. Oder hast du etwa vergessen, dass er immer noch versteinert vor sich hingammelt? Und ihm zu helfen haben wir allerlei Informationen gesammelt. Und so haben wir von der sogenannten Silbernadel erfahren, die alle Arten von Versteilung aufheben soll. Weshalb ist dann Steiner nach Limbulm? Steiner geht in das Quartier der Tantarus, um Bericht zu erstatten. Verstehe. Jetzt bin ich aber dran mit Fragen stellen. Ja, sicher. Was ist mit Zidane? Wir haben uns in Limbulm getrammt. Na, das Ganze schien ja ohne größeres Tränenvergießen über die Bühne gegangen zu sein. Erst helfen lassen und dann Tschüss, oder wie? Das ist nicht wahr. Das kommt davon, weil sie dann und alle anderen mich wie ein kleines Kind behandeln. Er ist einfach unmöglich. So, so. Dann wird es wohl so sein. Meine Wenigkeit überliegt es nicht, meine Meinung dazulegen. Oh, Steiner ist beleidigt. Es fehlt noch eine Weile Dauer, bis wir ankommen. Markus, ich würde euch gerne helfen. Wobei denn? Es ist schließlich teilweise auch meine Schuld und deswegen möchte ich helfen, die Silbernadel zu suchen. Nicht nötig, wir schaffen das schon alleine. Aber je mehr sich an der Suche beteiligen, desto... Was ist passiert? Vielleicht ein Motorschaden. Ich werde nachsehen. Bitte geduldet euch im Moment. Ein Gespenst, ein Gespenst mit Zipfelmütze und Flügel steht auf den Schienen. Zipfelmütze? Was ist denn los? Alter, du lebst noch? Ist was passiert? Aber gut sieht er nicht aus. Meine Mission, Prinzessin Garnet lebend. Das ist doch der schwarze Tenor, der uns auf den Fraschschiff überfallen hat. Verfluchte Ausgeburt! Diesmal werde ich dir endgültig den Nebel abdrehen. Steiner, wartet! Ich... Ich möchte dich noch etwas fragen. Wozu willst du mich? Prinzessin, ihr begebt euch in Gefahr. Tretet zurück. Meine Mission, Prinzessin Garnet lebend. Der kannst du fragen, was du willst. Was Gescheites bringt der nicht mehr heraus. Aber... Widerstand ist zwecklos. Eliminieren! Uhu, zwei Bosskampf in einem Paar. Luxus! Obwohl, Beatrix war kein Bosskampf. Das war eine Demütigung für uns. So. Lilligen, neue Waffe. Ah, mit Markus können wir klauen. Nice. Dann kriegen wir trotzdem Items, obwohl sie dann nicht da ist. Zipfelmütze. Okay. Das haben wir schon. Hat er die gleichen Items wie letztes Mal? Oder... Ich hoffe, ich schaffe den. Weil ich nur auf Löffel 5 bin. Mein... Und was ist... Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen, ne? Habe ich mit Garnet irgendwas? Oder Lilly? Das ist das. Ich mache nix! Null Damage! Zero! What the fuck? Ah, nein. Gitterbeleben kann sie noch nicht. Dann muss ich eine Phönixfeder aufwenden. Ach so. Jetzt weiß ich wieder, was für ein Zustand das war. Wenn man in diesem Zustand attackiert wird, ist man instant tot. Ich mache kaum Schaden. Hör auf! Okay, nicht auf Markus, Gott sei Dank. Ich habe ihn verfehlgeschlagen. Komm, neuer Versuch. Steiner wieder hochheilen, dass er wieder fit ist. Bam! Ach, scheiße, es habe ich mir Markus nicht auf Clown gedrückt. Na ja. Alter, der macht so viel Damage, ne? Oh, Markus macht aber guten Schaden. Mehr als Steiner auf jeden Fall. Geht es vielleicht daran liegen, dass ich mit Steiner noch die schlechtere Waffe habe. Ah, Markus soll noch ein bisschen klauen. Okay. Verfehlt, okay. Dann kann man die, die angreifen. Ach, Mann, ey. Ich könnte mit Steiner auch... Ja, Vivi ist nicht dabei. Der ist Steiner schlechter. Auf den gehst du? Auf Markus? Okay, dann heilen wir Markus. Was kann denn Steiner so? Nichts! Steiner ist ein Versager, wenn Vivi nicht da ist. Okay, ist er nicht, aber... Ist einer der stärksten Charaktere im Spiel. Aber mit Vivi ist er halt nochmal eine Stufe krasser. So, jetzt lag es mir. Jetzt klappt es mir mit Markus an. Der klaut ja sowieso nichts. Anscheinend. Da ist sie dann erfolgreicher. Ein Versuch mache ich noch. Wir wollen auch hier... ...nicht in Gefahr laufen gehen, den Typen hier zu verlieren. Klappt das? Nope, verfehlt. Okay, dann kann er die nochmal angreifen. Okay. Der hat zwar noch Items, aber er rückt sie irgendwie nicht raus. Dann greifen wir nochmal an. Ich hab die Faxen dicke. Markus, du bist ein Vollversager. Erstens klaust du dich, zweitens triffst du dich. So. Ah, das ist noch kein Schaden, ich heim muss. Wie verhält er eigentlich aus? Ich hab zwar eine Weile mit Markus jetzt geklaut, aber trotzdem... ...ein paar Runden geht das hier schon. So, jetzt ist er weg. Was hat er denn für Zuckungen? Hahaha. Hast du trotz gelernt? Sehr schön. Aber warum? Warum nur? Ja, dann würde ich sagen... ...beenden wir die Folge an dieser Stelle, bevor die zu lang wird. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge hier mit Lilly und Steiner weiter. Ciao!